Wollen wir dann vielleicht auch morgen mal, wenn du... oder einer zu fragt, dass man Zeit... Es ich hab Ferien. Ach stimmt, ich hab' ich hab' Ferien. Wie lange eigentlich? Wie lange hast du jetzt eigentlich Ferien? 2 Wochen. Willst du dich verarschen? Nö. Ich hab' aber Mittwoch wieder Schule. Pff, uuuh, bitte. Kann vorgesehen ist es meine Feier, aber wegen Lehrerkonferenz. Ja, bei mir fangen die Lehrerkonferenzen demnächst auch also an. Äh, also nicht Zeugniskonferenz, ne? Ja, bei mir ist es wegen Abschluss. Ah. Ja, bei mir ist es jetzt halt so, ich hab' jetzt am Mittwoch wieder Schule, schreib' noch ein paar Klausuren und dann, wenn alles geklappt hat, dann schloss' wir 12. Leucht' würde ich sagen. Aber ich kann grad wieder nichts anklicken. Jetzt läuft bei mir noch alles, ne? Ja, jetzt kann ich auch wieder alles anklicken. Achja, ich kann auch schon mal ankündigen. Wir haben uns überlegt, weil das Ganze ist ja jetzt auch noch ein bisschen sehr am Bau, wenn man die Decke betrachtet. Und das ist immer blöd, wenn wir hier draußen so einen Elevator haben. Und die Hütte ist jetzt auch mittlerweile ein bisschen sehr blöd mit den Tischen draußen. Wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze hier draußen mal abreißen und vielleicht mal eine neue Hütte hier aufbauen, generell mal ein bisschen umbauen. Ja, ich hab' schon unten angefangen, unten ein bisschen auszubauen. Ja, da unten hab' ich schon gesehen. Ich hab' schon ne Planung. Ich werd' vielleicht uns hier oben auf den Berg, wo das Ganze abgeflacht ist, unsere neue Hütte bauen. Wo wir auch dann wirklich mal wohnen. Okay, ja. Muss ich mal kurz gucken, ob ich das mit Schnee baue oder ich weiß noch nicht wie. Ah, am besten wäre... Ah, ich brauch' jede Menge Clean Stone. Dann weiß ich schon, wie ich baue. So ein Hammer. Daran wird's definitiv nicht scheitern. Ähm, das ist mir bewusst, wenn ich auf unsere Kabel-Zone-Produktion gucke. Wollts hier nur noch mal erwähnen. Ja. Das ist so und so erwähnenswert. Wieso hab ich das denn, baust du das wieder im Inventar? Echt meiner. Nee. Bronze? War ich grad drin bei Lois-Melter? Nee, Bronze. Das ist nicht von mir. Okay. Ähm, nur zur Info. Also, wenn du wissen möchtest, was ich für ein Haus vorhab', schaust du dir von Peter-Craft-Attack an? Klar. Ähm, der baut sich ja grad aus, sagen wir schnell, dem ganzen White Clay baut er sich eine Hütte. Groß oder klein? Nein. Ah, das wird schon was größeres. Okay. Ey, Deutsch, das Brewerfired Pale of Indian, das kannst du doch reinigen. Schnauze. Also, jetzt mal mehr als vier Wochenendien so gut wie gar nicht. Wow. Ey, Christian. Was? Osmium, das. Den ganzen Osmium, das, den wir in der Produktion hatten. Ja. Der ist fertig. Was? Ehrlich? Zwei meiner Tour und Osmium sind fertig. Nicht schlecht. Hat nur Ewigkeiten gedauert. Ja. Und nochmal von Viridium. Jetzt werde ich mal schnell mal nachschauen. Ich glaube, ich werde jetzt vielleicht mal ein paar Dias verschwenden. Ach ruhig. Oh, genau. Haben wir unten Gunpowder, weißt du das? Habe ich ins ME-System gelegt, soweit ich weiß. Okay. Na? Na, wir haben auch nicht mehr viel davon. Ja, Sulfur von Natur kriegt man viel, aber... Oder Salpeter. Oh, oder wir masturbieren einfach Flints. Äh, Quaschenflints. Oder sonst. Wir brauchen vier Flints. Wenn ich so auf unser Gravel schaue, warte. Daher kommt ja noch ein paar Sekunden. Ich habe auch so viel von der Frosty Farm. Dauskönnen wir mal Gravel. Also... Ja, das soll kein Problem sein. also ich habe jetzt knappe 25 minuten vor der assemblymaschine verbracht damit ich das fertig machen kann okay und es ist immer noch nicht fertig ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich komme auch mal mit holen. Brauchst du auch essen? Soll ich was mitbringen? Nein, nein. Ich hole mir schon mein Essen. Ich habe meine Favoriten. Die Potato on the Stick? Ja. Ja, ich finde das aber irgendwie ein bisschen blöd eingestellt. Bin ich ehrlich. Ich halte mich immer noch an das, was du mir mal gesagt hast. Ich soll das ganze kleine Essen verbrauchen. Ja, aber so momentan geht es, die Troste wird ja gut geleert worden. Du kannst ruhig auch schon mal hier der Leite-Meal oder so essen. Ist es nicht so, dass du so einen ganzen unwürdigen Phrase in Anführungszeichen essen sollst? Unwürdig. Unwürdig, unwürdig, unwürdig. Gut. Unw poder sein. Unwürdig. Ich glaube, meine Zuschauer wissen jetzt schon, was ich die ganze Zeit am Vorbereiten bin. Gunpowder. Ah, ich glaube, wenn man nachdenkt, dann kommt man auch schon drauf. Ich komme nicht drauf. Ah. Du hast reingeguckt? Ja. Gut, ich sag, da wird alles vorbereitet. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch bis zum Ende der Folge warten. Nein, es ist nicht mal lange hin. Warte mal, um 5 Uhr haben wir angefangen. 15 Minuten sind 10 nach 7. 25. Christian? Ja. Jetzt sind wir in der 100. Folge. Ja. 100 Folgen geschafft. Also, ich will auf jeden Fall meiner Mutter danken. Meinem Vater. Ich habe echt eine Waffel, oder? Ein bisschen. Mir geht's gut. Ich habe noch Freunde, die Schmetterlinge... Nein, nein, ich bringe den Satz nicht zu Ende. Die wegen behindert sind? Äh, nö. Aber ich habe mir mal erzählt, dass ich offiziell zu 30% behindert bin. Ah. Ich bin nicht sogar wirklich. Krüppel gibt's überall, von daher. Ach, Schloch. Auch nicht so ernst gemeint. Ähm, bevor ich Sie fragen kann, warum ich so 30% behindert bin. Ähm, ich bin autistisch, muss euch nichts sagen. Sagen wir es so. Ich denke mal freundlich aus. Ich habe die amtliche Bestätigung, dass ich eine an der Waffel habe. Mehr brauchen wir auch nicht, um blöd zu sein. Du hast es heute wieder richtig auf mich abgesehen, ne? Ne, eigentlich nicht. Aber wenn man schon eine amtliche Bestätigung hat. Respekt. Ja, sagen wir es so. Hat mir auf jeden Fall in der Schule weitergeholfen. Kann ich nicht mitdenken. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich alles erleichtert bekommen habe. Dass ich nochmal von vornherein raus bin. Bei mir ist es halt so, zum Beispiel in Deutsch, ich kann, ähm, Emotionen, kann mich, deute ich, gerne mal falsch. War halt für mich in Deutsch immer ein Problem. Deswegen wird jetzt darauf geachtet, dass es bei mir ein bisschen anders ausgedrückt wird. Ja, wenn schon auf einen zu Rücksicht genommen wird, dann Respekt. Ja, ich muss aber auch echt sagen, es gibt viele Lehrer, die darauf nicht achten. Das ist ihnen scheißegal. Ähm, bei mir ist es ja jetzt wirklich so, ich wiederhole momentan die Klasse 11, weil bei mir war vorher der Fall Mobbing und alles. Und ich habe gesagt, ne, unter solchen Umständen mache ich kein Abitur, da könnt ihr mir glauben. Habe ich ja dann halt die Probepause bekommen, habe ich viel. Und angefangen zu wiederholen, bin in Therapie gekommen, bla bla bla. Und ein ehemaliger Klassenehrer, der hat da wirklich einen Scheiß drauf gegeben. Der hat erfahren, okay, der hat Autismus schon gut. Konnte nichts mehr anfangen, ist mir jetzt scheißegal, von mir schon nicht. Weißt du, was ich am meisten hasse? Was? Bei 1.6 gibt es in Minecraft so eine Option, dass wenn ein Zombie angegriffen wird, besteht die Chance 1 zu 100, dass ein Zombie vom Himmel fällt. Okay. Das ist mir gerade schon wieder passiert. Was? Ja, also der Spawn dann auf der Ebene, wo der andere Zombie angegriffen wird. Okay. Das ist so richtig behindert. Okay. Ich hätte aber eigentlich nicht gedacht. Ich hatte ja damals die alte RUT-Staffel gesehen und die hatten ja wirklich Probleme beim Fusionsreaktor mit dem ganzen Chrom. Und da hat er jetzt noch einen Tannen rausbekommen. Das ist ja Wahnsinn. Oh, scheiße. Ähm, weißt du mal, die Stunde ist ja jetzt in 5 Minuten vorbei, ne? Ja. Weißt du, wer gerade auffällt? Was? Ich sollte vor 10 Minuten mit ein paar Freunden schon beim Eistersten sein. Ja. Ähm... Ich würde sagen, gehen wir jetzt mal schnell nach oben. Kommst du mit? Ja, vielleicht bekomme ich es auch noch hin. Äh... Dürfen noch 4 Minuten sein. Drei, 4 Minuten. Dann... ... ...stellen wir uns mal hier oben hin. Obwohl, machen wir ja schön bei uns auf dem Haus. Auf dem Bienenhaus. Das ist eine perfekte Position. Dann hol ich mir mal kurz die Erlaubnis von Baker. Ja, ja, mach du. Danke, Baker. Ich setze mal kurz auf Nacht. Ja. Machen wir mal... ...wat? Ähm... Ist 23.000... Ähm... 23.000 ist schon wieder fast Tag. Was ist ungefähr Nacht? Mitternacht? 18.500. Was würde ich nur unnötig machen? Perfekt. Ja? Gut, und dann schauen wir jetzt, weil ich schön genüsse ich in den Himmel. Wieso fliegen die nicht? Weil du die auf den Boden klicken musst. Und mit diesem kleinen Feuerwerk würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Und dann wird auch die 100. Folge leider ein bisschen kürzer. Aber vielleicht gibt es ja demnächst noch ein kleines Special. Und ich würde dann gerne mal hier einen kleinen Flug drüber machen. Ich zeige, was wir in 100 Folgen geschafft haben. Und sage dann, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in den Kommentaren. Schau doch auch mal beim Bakerman vorbei. Oder beim Triolo. Oder beim Street Digger. Oder auch mal beim Crazy, der einen Kanal hat, aber keine Videos oben. Und ich würde sagen... Und ich würde sagen... Sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's Play Minecraft Technik SMP Arity Version 2. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.